Willkommen zu unserer Serie über FileMaker Pro. In der heutigen Ausgabe geht es um Relationen zwischen Tabellen. Tabellen sind ja die Bausteine von Datenbanken. Tabellen können unterschiedliche Informationen zusammenfügen. Also es kann ja eine Tabelle beispielsweise für Adressen geben. Eine weitere Tabelle kann die Kontaktdaten aufnehmen. Und zwischen Tabellen, also zwischen beispielsweise Adressen und Kontakte, lässt sich eine Beziehung aufbauen, eine Relation. Und wie das geht und was das für Vorteile hat, das ist das Thema der aktuellen Serie. Und schauen wir uns das zuerst anhand einer einfachen Darstellung an. Wir haben jetzt hier eine Adress-Tabelle und darin sind Datensätze enthalten, die einzelne Adressen aufführen. Dann zu einer einzelnen Adresse gibt es oft verschiedene Kontakte, beispielsweise zu einer Geschäftsadresse verschiedene Mitarbeiterkontakte. Und wir wollen jetzt diese Kontakte direkt mit einer einzigen Adresse verknüpfen. Also wir möchten nicht in den Kontaktdaten setzen, auch noch jedes Mal die ganze Adresse nachschreiben müssen. Wir wollen ja Redundanz vermeiden und das schaffen wir, indem wir die Relationen zwischen Tabellen legen, wodurch an einem Ort nur eine Information verwaltet wird, während sie auch an einem anderen Ort eingeblendet werden kann. Hier noch einmal die zwei Tabellen, also links die Adressentabelle, rechts die Kontakttabelle. Jeder einzelne Datensatz hat eine eindeutige Kennung, eine ID. Also jede Adresse hat eine eigene Identifikationsnummer. Dasselbe gilt auch für die Kontakte. Über die eindeutige Identifikationsnummer lässt sich also ein Datensatz auch eindeutig erkennen. Möchte ich jetzt zwischen Adressen und Kontakte eine Verlinkung machen, so, dass verschiedene Kontakte beispielsweise immer auf dieselbe Adresse verweisen, dann brauche ich ein Hilfsfeld. In der Tabelle Kontakte muss ich ein weiteres Feld anlegen, was mir die ID der bestimmten Adresse aufnehmen kann. Diese Adressen-ID ist jetzt ein extra Feld, das ich nach Belieben füllen kann. Es hat sich auch eingebürgert, dass jeder Datensatz eine eigene ID hat. Man nennt das den Primärschlüssel. Und wenn IDs von anderen Tabellen aufgeführt werden, wie zum Beispiel hier rechts die Adressen-ID, dann nennen wir das ein Sekundärschlüssel. Der Primärschlüssel kennzeichnet immer die Daten selbst, also die aktuelle Tabelle und der aktuelle Datensatz. Und Sekundärschlüssel verweisen dann auf andere Tabellen. Stellen wir uns das noch einmal etwas näher vor. Links haben wir die Adressen-Tabelle und zeigen einen einzelnen Datensatz, gekennzeichnet von einer einzelnen ID. Rechts haben wir die Tabelle Kontakte, darin drei verschiedene Datensätze. Und nebst der eigenen ID von einem jeden einzelnen Datensatz gibt es auch ein Feld, um eine Adressen-ID aufzunehmen. Wir können jetzt die ID der Adresse links drei verschiedenen Kontakten zuordnen. Und damit steht in drei verschiedenen Feldern rechts unter Adressen-ID dieselbe Adresse als Vermerk, als eindeutige Kennung. Und jetzt lässt sich zwischen beiden Tabellen die Verbindung definieren. Wie das genau geht, das schauen wir uns gleich nachher an. Entscheidend ist, dass wir immer ein Feld haben müssen, das dieselbe Information in beiden Tabellen aufnehmen kann. Das heißt, die ID muss immer über ein anderes Feld mit einer ähnlichen ID abgeglichen werden. Selbstverständlich geht es ja auch bei Relationen um ganz andere möglichen Beziehungen. Es ist also nicht immer eine ID, es kann auch ein Datum sein, es kann auch ein Nummernfeld sein, irgendetwas anderes, was für einen Abgleich genutzt werden kann. Grundsätzlich aber müssen die Informationen, die gesucht werden, auch links und rechts des Vergleichs vorhanden sein. Schauen wir uns das jetzt in den nächsten Videos an, wie das in FileMaker selbst aussieht. Bis zum nächsten Mal.